Du willst einen starken und zugleich richtig geschmeidigen und natürlich schmerzfreien Rücken? Dann musst du die jetzt folgende Übung unbedingt kennen. Beweglich werden Gelenke nur, wenn sie regelmäßig in ihrem vollen Bewegungsradius bewegt werden und das umliegende Gewebe gedehnt, aber auch gekräftigt wird. Deshalb arbeiten wir in unserem Strong-and-Flex-System ab einem gewissen Punkt immer mit sogenannten Loaded Progressive Stretching, also Dehnenunterlast mit nach und nach ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Link zum System, siehe angepinnter Kommentar. Das gilt natürlich auch für die Gelenke der 24 Wirbelkörper deiner Wirbelsäule und genau diese Kriterien erfüllt die geniale Übung, die ich dir jetzt zeigen werde. Okay, die Übung heißt Chair-Twisting. Ich weiß, Twists für die Wirbelsäule gibt es echt eine ganze Menge. Das Besondere bei dieser Übung ist halt, dass wir für einen ordentlichen Hebel sorgen, mit dem du dann eben dehnst und gleichzeitig kräftigst bei der Übung. Wir legen uns dazu auf den Rücken, kannst die Beine erstmal lang machen, falte die Hände ineinander und leg sie an den Hinterkopf und dann, ganz wichtig, Ellbogen mit auf den Boden ablegen. Und auch in der Folge, der Ellbogen hat immer Kontakt mit dem Boden, der darf nicht abheben. Du denkst jetzt, wo ist die Schwierigkeit, aber warte mal ab, ist gar nicht so einfach, wie du denkst. Als nächstes, um in die Ausgangsposition zu kommen, atmest du am besten ein, ziehst die Knie zum Brustkorb und setzt dich auf deinen imaginären Stuhl. Das heißt, wir haben in den Sprunggelenken, in den Knien und in der Hüfte jeweils einen 90-Grad-Winkel. Und jetzt darfst du mit der Ausatmung die Knie kontrolliert nach links ablassen und der Kopf geht in die Gegenbewegung nach rechts. Die Ellbogen bleiben dabei am Boden. Beim Ablassen darauf achten, dass ich diesen 90-Grad-Winkel in der Hüfte, in den Knien und den Sprunggelenken immer noch halte. Ein großer Fehler ist, dass du die Knie ranziehst. Wenn du die Knie aber ranziehst, machst du den Hebel auf einmal wieder kürzer und musst nicht so viel arbeiten bei der Übung. Und mit der Einatmung ziehst du die Knie wieder zurück. Und ganz, ganz wichtig beim Zurückziehen, die Füße sollen Kontakt miteinander halten und auch die Knie sollen Kontakt miteinander halten. Mit der Einatmung geht es kontrolliert hoch zurück zur Mitte. Da musst du muskulär richtig was machen und auch darauf achten, dass der Ellbogen am Boden bleibt. Und mit der Ausatmung wieder in die andere Richtung. Knie fein nach rechts, Kopf geht nach links, 90-Grad-Winkel in den Gelenken halten. Einatmen zurück zur Mitte und dann mit der Ausatmung in die nächste Wiederholung rein. Mach das schön langsam und kontrolliert und achte darauf, dass die Spannung hier im Rumpf auch hältst. Okay, du machst von dieser Übung insgesamt zehn Wiederholungen, also fünfmal die Beine auf jede Seite und auch nur einen Durchgang, denn diese Übung machst du bitte ganz am Ende deines Trainings. Nicht am Anfang oder in der Mitte, ganz am Ende. Dann kannst du vielleicht sogar noch eine Blockade lösen, wenn dein Training vorher ganzheitlich war. Wenn du da Hilfe brauchst, nimm unser Strong- und Flex-System als kleines Navigationssystem, damit du auch immer weißt, welche Übung wann genau denn ihre beste Wirkung entfaltet. Bitte hinterlass mir doch einen kleinen Kommentar, wie diese Übung hier für dich gewirkt hat. Auch noch ein Däumchen nach oben für das Video wäre schön. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniere uns und aktiviere auf jeden Fall danach die Glocke, damit du eine Nachricht bekommst, wenn wir ein neues Video online stellen. Ich bin an der Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.